Was alle 5 Sekunden auf der Erde passiert Vielleicht denkst du, dass in 5 Sekunden nicht viel passieren kann. In dieser Zeit kannst du blind zählen, nach etwas greifen oder aus dem Bett steigen. Aber auf der Welt, im ganzen Universum und in deinem eigenen Körper finden in dieser kurzen Zeit Tausende und sogar Millionen Vorgänge statt. Mach dich bereit, denn einige dieser Fakten werden dich ordentlich umhauen und schwummrig machen. Und wie immer, vergesst nicht auf Abonnieren zu klicken und die Benachrichtigungen zu aktivieren, um mit uns auf die Sonnenseite des Lebens zu kommen. Natur Alle 5 Sekunden vollendet ein Erdbeben mit einer Stärke von 2 oder höher 30% seiner Reise an die Erdoberfläche. Nach 60 Sekunden erschüttern 4 Erdbeben die Welt. Wenn Bienen relativ große Insekten sind, könnte man meinen, dass sie ihre Flügel langsam schlagen. Allerdings schlägt eine Biene ihre Flügel alle 5 Sekunden 1150 Mal. Alle 5 Sekunden schlagen 500 Blitze auf der Erde ein. Und jeder von ihnen enthält eine Milliarde Volt elektrische Spannung. In der gleichen Zeit, in der ein Mensch blinzelt und seine Augen scharf stellt, hämmert ein Specht alle 5 Sekunden 12,5 Mal mit seinem Schnabel. Alle 5 Sekunden schlägt eine Mücke ihrer Flügel etwa 2000 Mal. Solltest du noch nicht an den Niagara-Fällen gewesen sein, kannst du sie auf deine Bucketlist setzen. Mehr als 15.800 Tonnen Wasser fließen alle 5 Sekunden die Fälle hinab. Alle 5 Sekunden werden Bäume auf einer 2,5 Fußballfelder großen Fläche abgeholzt. Social Media Alle 5 Sekunden bekommt Facebook 33,33 neue User und beweist damit, dass es das größte soziale Netzwerk der Welt ist. Alle 5 Sekunden gibt es etwa 26.417 Status-Updates auf Facebook. Alle 5 Sekunden gibt es etwa 37.333 neue Tweets. Alle 5 Sekunden versenden die Nutzer von WhatsApp einem der meistbenutzten Messenger-Dienste der Welt, 2.416.667 Nachrichten. Alle 5 Sekunden bekommt LinkedIn 10 neue User. Instagram zeigt, dass man es ernst nehmen sollte. Alle 5 Sekunden laden dort Menschen aus allen sozialen Schichten 4.051 Fotos hoch. Verbrauch Als eine der größten Fast-Food-Ketten der Welt verkauft McDonalds alle 5 Sekunden 375 Hamburger. Alle 5 Sekunden werden ungefähr 32 iPhones verkauft. An Tagen wie Prime Day und Cyber Monday verkauft Amazon am meisten. An diesen Tagen werden alle 5 Sekunden 3.000 Dinge verkauft. Alle 5 Sekunden konsumieren die Menschen auf der ganzen Welt 434.693 Kilogramm Lebensmittel. Gehörst du gerade dazu? Traurigerweise verschwenden wir auch halb so viel. Alle 5 Sekunden verschwenden die Menschen etwa 206.000 Kilogramm Lebensmittel. Alle 5 Sekunden werden in den USA ca. 4536 Kilo noch essbarer Lebensmittel weggeworfen. Trotz gesundheitlicher Bedenken liebt die Welt noch immer Coca-Cola. Alle 5 Sekunden werden 52.250 Dosen Coke getrunken. KitKats sind zwar lecker, aber nicht der beliebteste Schokoriegel. Trotzdem werden alle 5 Sekunden 2.090 KitKat-Riegel gegessen. Die amerikanische Bevölkerung wirft alle 5 Sekunden etwa 3.475 Plastikflaschen in den Müll. Alle 5 Sekunden werden auf der Erde kolossale 757.082 Liter Öl benutzt, um die Welt am Laufen zu halten. Alle 5 Sekunden entstehen weltweit 205.681 Kilogramm Abfall. Alltagsleben Deinen gesamten Besitz in Kisten zu parken und umzuziehen ist kein leichtes Unterfangen. Aber trotzdem ziehen alle 5 Sekunden 12 Leute in ein neues Leben um. Alle 5 Sekunden beschließen fast 10 Leute einen neuen Schritt in ihrer Beziehung und heiraten. Die ganze Welt liebt es, Sim-Internet einzukaufen und eine der größten Firmen, die die Auslieferung übernimmt, ist UPS. Sie überbringt jeden Tag 19.100.000 Dokumente und Pakete. Alle 5 Sekunden stellt UPS ungefähr 943 Pakete in Briefkästen und an Haustüren zu. Alle 5 Sekunden wird in England und Wales ein Verbrechen begangen. Alle 5 Sekunden heben fast 5 Flugzeuge ab, um glückliche Reisende an ihr Ziel zu bringen. Weltweit werden alle 5 Sekunden 21 Babys geboren. Alle 5 Sekunden sterben etwa 9 Menschen. Internet-Nutzung Alle 5 Sekunden werden 2000 Stunden Videomaterial auf YouTube hochgeladen. Musikvideos von deinen Lieblingskünstlern und Künstlerinnen, Pranks, Videos von YouTubern und viele mehr. Alle 5 Sekunden wenden sich die Menschen in Google, um über 200.000 Suchanfragen zu starten. Wie sehr die Leute YouTube lieben, erkennt man daran, dass es alle 5 Sekunden 627.030 Views gibt. Erklär-Videos, YouTube-Original-Programme und Kanäle, die dir den Tag versüßen, so wie die Sonnenseite. Vermögen Während viele Leute daran arbeiten, reicher zu werden, verdient der reichste zurzeit lebende Mensch der Welt, Jeff Bezos, alle 5 Sekunden 19.167 Dollar. Alle 5 Sekunden verdient der amerikanische Durchschnittshaushalt 0,008 Dollar. Als eine der wichtigsten Personen in der Unterhaltungsbranche verdient Oprah Winfrey alle 5 Sekunden etwa 44 Dollar. Selbst wenn sie schläft oder telefoniert. Oder durch Twitter-Scrollt. Die gigantische Technikfirma Apple verdient alle 5 Sekunden etwa 5.872 Dollar. Das ist in vielen Ländern mehr als ein durchschnittliches Monatsgehalt. Einer von Apples größten Konkurrenten, Samsung, verdient etwa 4.531 Dollar, alle 5 Sekunden. Kaufst du lieber Apple oder Samsung? Der menschliche Körper Alle 5 Sekunden blinzelst du etwa 1,5 Mal. Nach einer Minute hat ein Mensch im Durchschnitt 15 bis 20 Mal geblinzelt. Alle 5 Sekunden finden eine halbe Million chemische Reaktionen in deinem Körper statt. Kannst du dir vorstellen, wie es wäre, wenn wir fühlen würden, wie unsere Zellen diese Reaktionen abarbeiten? Der Puls hängt vom Alter einer Person, ihrer Gesundheit, ihrem Geschlecht und vielen anderen Faktoren ab. Aber alle 5 Sekunden schlägt dein Herz im Durchschnitt zwischen 5 und 8 Mal. Jetzt wird es bekannt. Alle 5 Sekunden haben etwa 6.942 Menschen Sex. Alle 5 Sekunden ist dein Blut durch 25% deines Körpers geflossen. Nach einer vollen Minute ist dein Blut dreimal durch deinen ganzen Körper gepunkt worden. Alle 5 Sekunden pumpt dein Herz ca. 0,38 Liter Blut. Alle 5 Sekunden nimmt ein Mensch ein bis 1,5 Atemzüge. Atmen unterscheidet sich stark von Person zu Person. Aber im Durchschnitt atmen wir 12 bis 20 Mal pro Minute. Der nächste Fakt könnte diejenigen, die sich leicht ekeln, leicht abschrecken. Alle 5 Sekunden stößt deine Haut zwischen 2500 und 3333 tote Zellen ab. Ohne dass du es realisierst, es sei denn, du zählst mit, gehen einer durchschnittlichen Person alle 5 Sekunden 3,5 verschiedene Gedenken durch den Kopf. Bei dieser Zahl versteht man leicht, wieso manche Menschen so schnell eine geistige Erschöpfung verspüren. An einem ganzen Tag kann ein Mensch zwischen 60.000 und 80.000 Gedanken haben. Selbst wenn du es heute leicht angehst, ist dein Körper noch immer produktiv. Alle 5 Sekunden produziert er schätzungsweise 15 Millionen rote Blutkörperchen, um die auszugleichen, die genauso schnell sterben. Sie haben die wichtige Aufgabe, Sauerstoff durch deinen Körper zu transportieren und Kohlendioxid zu entfernen. Das Universum Auch wenn sie aus deiner Perspektive ziemlich ruhig aussieht, schleudert die Sonne alle 5 Sekunden 5 Tonnen Materie ins All. Selbst während du gemütlich zu Hause sitzt und draußen nicht viel zu passieren scheint, erweitert sich das Universum alle 5 Sekunden um etwa 340 Kilometer. Dann schießt mal los, Sonnenseite-Fans! Welcher dieser Fakten hat euch am meisten überrascht? Verratet es uns in den Kommentaren! Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben, es mit euren Freunden und Freundinnen zu teilen und auf Abonnieren zu klicken, um mit auf die Sonnenseite des Lebens zu kommen. Bye Bye!